Marketing für Telekommunikation Marketing für Telekommunikation, mein Job. Meine Leidenschaft, Fahrräder. Meine Vision, ein Fahrrad mit ABS, damit das Vorderrad nicht mehr blockiert. Alles funktioniert und läuft, für mich. Service, der mich entspannt. Das Rad zurückdrehen, nie. Persönliche Kontakte und Dienstleistungen vor Ort, immer. Träumen, wovon? Dass ich an nichts denken muss, als an meinen Traum. An das Rad, das nie mehr blockiert. Vollbremse, kein Sturz. Meine Zukunftsvision.